Florian Silbereisen wohnt schon mit neuer Freundin zusammen. Da haben sich offenbar zwei gefunden. Florian Silbereisen, 41, galt nach der Trennung von Helene Fischer, 38, als Single. Ganze fünf Jahre war es liebestechnisch ruhig um den Schlagerstar. Seit wenigen Tagen ist aber bekannt, dass der Sänger wieder vergeben ist. Still und heimlich verguckte sich der Entertainer in die 34 Jahre alte Sarah. Und bei den beiden ist es wohl auch ziemlich ernst. Florian und seine neue Partnerin leben schon unter einem Dach. Wie Bild berichtet, kennen sich die zwei schon eine ganze Weile. So richtig gefunkt hat es aber wohl erst vor zwei Jahren. Anfang 2022 wagten der Musiker und seine Liebsten dann den nächsten Beziehungsschritt. Sarah ist zu ihrem Flori gezogen. Seitdem leben die beiden wohl ein ziemlich normales und bodenständiges Leben. Und das scheint der 41-Jährige sehr zu genießen. Flo weiß es sehr zu schätzen, dass Sarah nicht aus der Showbranche kommt. Mit ihr kann er das normale, private Leben führen, das er sich stets wünschte, verrät eine Quelle gegenüber dem Portal. Die 34-Jährige soll sich auch schon bestens mit seiner Mutter verstehen. Untertitelung. BR 7. BR 7. BR 8. BR 8. BR 8.